Was willst du in deinem Studium erreichen? Ich würde einfach gut durchkommen. Erfolgreich abschliessen ist mein Ziel. Du mögst in kurzer Zeit. Natürlich Kompetenz aneignen, aber auch die möglichst effizient durchbringen. Vorlesungen vorbereiten, warte Vorlesungen gut aufpassen und nachbereiten. Diそうそう sie sind nämlich auf vais. Koch proyecto immer du bei der Detail. Und das ist es das St Wijchen. Aus unternehmerischer Sicht ist Agilität ein zentrales Thema heutzutage. Die Fähigkeit, innovieren zu können, die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, die Fähigkeit, proaktiv zu sein, aber auch die Bereitschaft, gewisses Risiko zu übernehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Versuche regelmässig deine Komfortzone zu verlassen und gehe jede Woche mindestens eine neuartige Lernerfahrung an. Diskutiere mit anders denkenden Personen, stelle viele Fragen, schaue dir ein Sachvideo an oder lese ein Buch aus einem anderen Fachgebiet oder besuche einen neuen Ort. Durch neue Herausforderungen kannst du deine Agilität erweitern.